Ah, Luxus! Wir sind jetzt in der über Aachen und gehen jetzt auf die Körtnerstraße mit Rolltreffer. 17 Euro 20 Euro So ein Pech mit Wetter Pech mit Wetter! Hehehe Ah, guck mal! Heuerlich! 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 Sie sind die sogenannten Rechtsstiege, die Mittelstiege, ausseinigen Informationen. Sie sind die sogenannten Rechtsstiege, die Mittelstiege, ausseinigen Informationen. Sie sind die sogenannten Rechtsstiege, die Mittelstiege, ausseinigen Informationen. Sie sind die sogenannten Rechtsstiege, die Mittelstiege, ausseinigen Informationen. Sie sind die sogenannten Rechtsstiege, die Mittelstiege, ausseinigen Informationen. Sie sind die sogenannten Rechtsstiege, die Mittelstiege, ausseinigen Informationen. Sie sehen so sieht auf der Bühne aus. Ich glaube, wenn Sie hier hineinkommen, Sie sehen sofort, dass die Bühne riesengroß ist. Die Unterbühne sind oben der Haupt- und Unterbühne zusammen. Sie sind die Bereiche von der Bühne in den Hauptbühnen zu fördern oder von der Unterbühne nach oben. Sie sind die Bühnen-Wägen, die in diesen Schienen hier gleisen. Manche Kulissen-Teile speziell vor, die Vorhänger mit den Prospekten bestückt. Oder auch mit Kulissen-Teilen, die jetzt nicht zu schwer sind. Dadurch, dass die Bewegungen in den Atem fast vollkommen verbunden sind. Dann wird vorher noch das Bühnen-Klinik für AIDA aufgebaut. Nach dem Probenende. So. 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 So.